Willkommen zurück Leute, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10 Wir brauchen den Perlendetektor von Mi Tsums. Er ist ausgesprochen mit... Herr Baruka und Isabdi, wir machen das Mabago-Brüner. Wir haben keine Flugstabilisatoren mehr, Jerry. Ein Doms-Meteor hat das Lager zergrößelt. Aber kein Problem. Ich habe schon welche bestellt. Ich schicke dir eine E-Mail, wenn Sie hier sind. Gute Arbeit. Ich schicke dir eine E-Mail. 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 Dabei war ich mir sicher, dass die Geschichte nur Angler-Latein war. Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern. Shawnee, Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Vorsicht Miss Jay, Plünderer! Lassen Sie sich nicht entkommen, Miss Jay! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Man hat's! Das war's! Vielen Dank. 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 Wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee, bevor wir Ausgabe 514 fertigstellen können. Sei vorsichtig. Sie verlassen den Territorium, Miss Jane. Sie verlassen den Territorium. Wir brauchen, dass wir das ist. Ja! Das war ich dann. Zu spät. Lassen Sie sie nicht entkommen, Mist. Schnell, die Tür schließt nicht. Ja, das ist gut. Ja, das war es gut. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Juhu! Einmal haben wir verloren, Luka. Wir schieben es! Wir sind ungefähr. Wir schieben es! Bist du ein? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020